ja hi und willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of vesperia die definitiv edition in der letzten folge haben wir wie auch immer die eine stadt nummer hieß verlassen und eine gilde gegründet die helden mutige wesperia und ja wir sind jetzt auf unserem weg so ich kann ich kann keine karte aufrufen das stört mich ein bisschen zu zeugs ja wir sind einfach wir laufen einfach mal durch die gegend ich habe auf screen ein bisschen trainiert und zwar ich glaube jeder ist ein level ab aufgestiegen jetzt glaube ich alle 31 oder 32 ob irgendjemand 32 jetzt aber ein reißig auf jeden fall und ich habe alles gelernt mit jeder waffe außer für carol das hat noch ein bisschen gedauert der noch irgendwie ich glaube in carolina carolina hammer oder schwert ihr schwert an auslösen und ja jetzt aber hat ganze essen ausgegangen weil ich auch hätte noch gerne aufleveln können und ja ich habe geguckt ob irgendwas passiert wenn ich die stadt hier betrete und da kommt direkt mit katzen also konnte ich da nicht rein und ja wie seine turm hatte einen speichern punkten halt speicher punkt aber da ist ein einziger wo ich mich dann hoch rein konnte ich konnte nirgendwo was kaufen oder so also das war ein bisschen nervig aber egal wir haben trotzdem alles gelernt hier immer mal hier durch bumm als gelernt die gute 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 als gelernt nur kero fehlt noch eine sache jetzt power attacke stellert glaube ich triple lieb triple lieb gelernt nie so 50 mal schon nutzt mal weiß ja nicht und ja muss nur ganz kurz mal gucken ja ok da gehen wir mal hier rein weil ich würde kommen mal passiert weiter wir wissen zu dieser hafen stadt glaube ich hin aber ihr scheint schon etwas zu passieren so nach ho okay w 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 sachen kaufen es geht ja nichts weiter als ideale die leute wurden müde und haben die stadt verlassen nach haben die keinen bock mehr gehabt zu bauen wird immer noch einen über der geben und alle gibt es unüberwürdentliche mauern das städte und laden damals war ein aber schon wieder nacht ich muss sachen kaufen und gucken ob ich noch alle möglichen sachen herstellen kann weil das ist natürlich immer das highlight diese dieser part hey ich kann das noch mal auf level dann kriegt noch ein paar sachen mehr herstellen ich habe schon wieder neue sachen nenne karl einer hammer stopp ok habe ich nicht habe ich überhaupt alles hier schon hergestellt das habe ich noch nicht ja ach so dass die tat glaube ich ausgerüstet teilweise jetzt nicht es wird ja daneben und gestehen als sie hat gelernt hat kennen peitsche plus da muss zur sicherheit er hat dann auch noch nicht gelernt erfahrungsanteil steigertacke tp angriff steigertacke da tut doch irgendwie tp verbrauchen beim angriffen da tut tp angriff machen ich weiß nicht weil jetzt der unterschied ist aber okay da wo wenn die zurückkommen dann haben wir schon mal wie ein neuklamotten zum ausrüsten kreuz konnte da noch nicht heiliger habe kann ich mich herstellen mit dem kaufen hallo schon wieder neue sachen alles neue sachen damit okay war wie viel geld habe ich überhaupt nicht mehr viel dreck zu essen kann aber auch keine nebensachen hier wiederholen nehmann sachen meine ich ja und ich hoffe den rest kriegen wir hier für er wird knapp glaube ich ich muss ja auch kochen die hochlägen hallo geht dann das ist mir als ausgegangen teuer perfekt alles gekauft ich kaufe mir dann auch einfach mal ist wahrscheinlich für rita waffen habe ich alles hergestellt normalen schild haben wir dann haben wir nichts und hat rita schon mal gelernt mit der große tasche oder ausgerüstet der ausgerüstet hier ist auch alles mehr spät zu den kann ich wenn man noch nicht also ich muss alles haben okay muss alles haben ja jetzt braucht man nicht halt langer mantel haben wir da gekauft wieder geburtstuppe erstmal hier schwarzer hut schwarzer hut warum kann ich denn ich habe kein geld war ich werde um stücken paar sachen hier gesammelt haben auf screen so haben wir das auch aus dem weg und reif des erwachens scharfes geht da war ich habe so viele kämpfe gemacht die ersten zehn minuten einfach nur wie ich hier am shoppen bin richtig geil dafür schaltet der ein falls ihr überhaupt einschaltet und dann haben wir dann haben wir noch nicht ich den kogen einmal aufstehen aber dann verschwindet die warte glaube ich will ich haben für repeat da ist es wieder ausrüsten da war dann mein als hier gut oder sagt knüppel da steigertacke stadtmeister langer mantel kopf hat sie nix ne stiefel auch nix so die will ich den dings geben die bis tätowierungen und du besser klauen kannst für dich irgendwas spitz und spitz und du bist noch am lernen beweglichkeit auch der hat wirklich ich weiß nicht die manchmal verteidigen hallo sind hat ja was machen wir nicht wie ihn auch noch irgendwas da habe ich schon ausgerüstet ok gut ja ok er musste ablegen mich das herstellen kann da habe ich nur sachen die beweglichkeit erfüllen und wissen wird aber die auch verteidigung geben ja auch noch eine sache gut und da war es glaube ich spitz und spitz und ich nehme an wir müssen übernachten damit es weitergeht ich habe mich noch mal kurz angucken weil man weiß ja nie man weiß ja nie wir haben ja wahrscheinlich jetzt schon wieder sagen ja du kannst du nicht lang mann warum das verboten berührende figuren mit dem pfoten ist verboten da ist auch spongebob und final fans die neuen aber ist hier hauptsitz der ritter übrigens ein paar skipps und so oft kriegen gefunden die müsste ich aber entweder am anfang oder am ende dieses part irgendwann mal reinschneiden unter anderem war da irgendwie eine szene wo wir in den turm gegangen sind ich habe den turm übrigens trainiert weil da war der speicher punkt der heilspeicher punkt und ja da war eine kleine katzen wo weil nicht wo in diesen ein gefängnisraum waren und ja judef hat irgendwie in sperr gesucht da war eine kleine katzen die hatten schwer besucht und er war nicht mehr da und ja ich nehme an das ist irgendwie wichtig na die uri anfang gesagt ja ist okay dann werden wir schon finden also glaube ich weiß nicht ob das so sehr wichtig war aber diese szene habe ich gefunden und die werde ich wahrscheinlich am ende heranhängen also keine sorge hat hier irgendwas verpasst das würde ich sagen wir machen ja weiter ich kann nichts mehr machen glaube ich man biedel juice biedel juice okay ich wollte schon sagen habe ich nicht genug geld kann man nur so schlafen ist nicht mal die scho ausgezogen wird so war ich dachte aber jemand in der tür müssen wir jetzt schwer machen müssen wir neue mann umbringen ich habe eine axt gerade ausgerüstet wenn ein typ am haus habe ich meine axt getötet oder aber voll mobil 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 ja keine ahnung judef irgendwie nachwanderung das geht Das ist ein Wettbewerb. ich glaube das ding gibt es doch irgendwie als das war für einige andere teils aufspielen wenn den namen habe ich schon mal irgendwo gehört juliでなぁ 目ざといのに 狙いが誰だったかわかるなんて そういう勝負んでねー 0ってのもエステルを狙ってた なんか関係あんのか バウルって相棒 説明できそうにないん 否定はしないんだな ねらってこと 嘘はとっくいじゃない わかった もう聞かねーよでもまた estelleを狙うようなら 心配しないで もうそんなことしない ほしいするわ ほんとうからん das war ein bisschen zu einfach kommt schon viel zu einfach ok ich traue irgendwie nicht nicht die ganze zeit am grinsen von dem anlächeln erinnert mich sehr an leila aus der system ist er ja es ist ja und die kann ich überhaupt nicht leiden also werfen wir im blick auf die stadt denn so ich habe für rita wird da irgendwie stehen und irgendwie guckt nach dem plastik ich wette einfach mal aus ja weil es ja erledigt hat regnet wird meine achse nass keine ahnung mehr werdet ach so die familie ok ja ok 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 et dass wir uns hier in der Kirche leben können. So? Das wäre etwas unbequartiger. Hä? Die Kirche haben aber in den Krieg die Verkaufsätze und die der Kirche die Verkaufsgerichtung die den Verkaufskraft zu bekommen und die die Kirche eröffnen wird. Das ist das. Aber dann haben wir also die Kirche gesagt, dass wir uns hier in der Kirche sehen, dass wir uns hier in der Kirche verabschieden können. Ne? Gildoで引き受けられない勝手んだろ? 報酬は私が後で一緒に払いますから えっと… じゃあいいよ え? ですが… 次の仕事は人探しね ま、キモールがバカやってるなら一発殴って止めねえとな え? はい… キシダンは民衆を守るためにいるんですから こ…行動は慎重にね キシダンににらまれたら 僕らみたいな小さなギルドを簡単に潰されちゃうよ 了解 私たちがきっとお父さんを見つけます 待っててね そういうわけだ 引き受けたよ ありがとう…ありがとう… ありがとうございます じゃあ…さくっと探してみるか あそこの先なんてとても怪しいわよ あぁ… 立ち入り禁止で 部会社が入れないってのがいいかにもだな なんとか入れないでしょうか し…慎重に… 忘れないでよ でも… … 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 repeat kläumen seine brieftasche wer lenkt die wache ab okay weil sie nicht habe so gefühl judith sehr gut darin ich meine weibliche list ich glaube sie ist dafür perfekt angezogen ja irgendwie war normal damit rumzulaufen normal damit rumzulaufen ist in ordnung war wollte irgendwie freue ich doch wie judith wäre wenn ich karl aufgewählt kleid kaufen hier nämlich an können wir jetzt eins kaufen ja aber ich habe eine andere Dress zu finden also wer mit dem Tag mit dem Tag also wer mit einem Tag mit dem Tag dann könnte ich das auch so gut so gut dann könnte ich das auch es ist das nicht also wie das ist dann könnte ich das auch dann könnte ich das auch dann könnte ich die Ja. Aber es ist schlecht, aber es ist kein Problem. Kannst du es für uns machen? Ja, das stimmt. Es ist ein kleines Schiff, ein Bacillisk und ein kleines Schiff. Aber es gibt auch ein Gehirn in der Stadt. Ja, gehen wir. Judi, du bist so nett. du hast du gefunden ich habe mich nicht mal einen schritt weg bewegt dann zeig mal irgendwie nicht bemerkbar aus dem cosplay irgendwie sieht das hell besser aus ich kann mir nicht aufrufen sowas lässt ihr stolz zu alles klar also ich bin jetzt sehr verwirrt wegen judiths sicher sage ich mal zusammen regnen wasser 私 あなたの真面目な仕事っぷりに惚れたの 惚れた だから わかるわよね えっと さあ あなたの真面目は確かに言わないとわからないかしら 私といいこと しますし えっと しかし 私にはデートに結婚を約束した あ あ あ えっと ご苦労さん あ 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 okay jetzt will ich kenne jetzt überhaupt nicht auffällig im kleinen wieg sigaretta was ist hier los war meine frage jetzt das war ganz offen sichtlichen kostüm also noch gar nicht irgendwie hersteller hat da zwar sehr komisch ausarbeit ich will trotzdem haben aber noch da wahrscheinlich irgendwie ein k.o. geschlagen wir sind auch hier übrigens doch warum macht sie eigentlich alles kaputt wenn immer sie irgendwo da ist ich bin ich bin ich bin ich bin Ich habe keine Blastia geholfen, da ich mich nicht verletzt, um die Stadt zu verletzten. Dann war ich da, dass der Teigl auch hier arbeiten. Ich kann das nicht verletzen. Was ist das, was du gesehen hast? Es war das Hobel-Blastia. Ich habe mich vorbereitet, und habe mich vorbereitet. Das war's für heute. Kann auch johnny kotter wieder hat sich darüber angeschaffen geil es wird irgendwie bei dir ja das wäre witzig ich kann mich wagen in die Unions ist nicht mein Gesicht. Dunn schaffst du, Nonn. Er ist ein schönes Mann. Ich weiß, das. Oh ja. Dunn ist ja so ein Wunsch. Ich bin so ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. das typ sieht aus wie ein charakter irgendwie fahrt fünf herz so herzen aufbost yes Ich bin das. Ich werde das, was ich nicht zu tun, was ich. Ich werde das, was ich. Ja, ich bin. Ja, ja, ja. Da ist das, was ich. Das zuhör. Ich habe mich nicht gelesen. Ich habe mich sichergestellt. Ich habe mich nicht gemerkt. Ich habe mich nicht gemerkt. Rita taucht auf. Ich bin sehr armen. Ich bin sehr armen. Ich bin sehr armen. Ich bin so ein armen. Das ist so an, was du zu sagen. Soll ich nicht! Ich bin sehr begeistert! Ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich gut hier. Ich habe das nicht mehr Geht. Ich habe schon versucht, wenn ich mit Tate hier auswählen kann. Ich habe das nicht. Ich bin aber wirklich gelaufen. Ich bin, ich bin, ist das nicht! Ich bin nicht mehr so aufwählen. naja auf dem kopf okay erst mal ausrüstung power jojo warum hast du schon ausgerüstet gehen wir stärker die rolle und du hast automatisch neue sachen bekommen sehe ich gerade warum warum werden mir verkauft wenn sie sowieso automatisch bekommt das hier ist neu heiliges gewandt hat sie sich schon was ich will mal gucken kann ich jetzt hier kaufen jetzt kostümen oder so wer nett lass mich mal schauen okay stimmt kann ich nicht kaufen nun weiß der welt zu verlangen sich verbessert über limits geht die gruppe anzuführen sie gibt dir wirklich kein zusätzliches leben ich kann repeat nicht auswählen das kommt man für stimmen dass man nie aufgefallen okay wem will ich in der truppe haben rieter auf jeden fall weil sie ist noch lebe 30 ist teilweise kann heilen ja auch mal so speichern dann gehören mal kurz nach ein stück an wenigsten zehn minuten und so und dann kann man aufhören ein paar arbeiter befreien und deren unfairen arbeitsbedingungen dann kann man los ein kollektor arbeiter zirkus befehle müssen folgt werden die machen muss voll geleistet werden so wiederhaltung werden bestraft ich arbeite dich um ich wurde gezwungen hier unten zu kommen danach koche ich für die arbeiter keine zeit zum ausruhen ich spucke in deren suppen das tut sehr gut zum teufel beim amt davor beziehung der zeit für pausen es wird kommen aus befehlen müssen die arbeiten im knapp einen monat fertig sein was tust du denn was soll er willst du mir auch noch den gorsam verbeigern aber ich habe mir noch nie gern was zu sagen lassen ok da ist nur ein paar meter unter unter der stadt niemand hat irgendwie gesehen nachher ich habe paddel irgendwie nie jemand diese kleine mauer darunter guckt und zu sehen was da unten abgeht die ganze zeit machen ich weiß aber da ist mir die ganze zeit auf screen passiert irgendwie immer diese angewandt sie wird wurde aus irgendeinem grund ich weiß nicht wieso also was hier neumond klinge das war mit nur akana ja da war man macht auch ich trug die ganze nr 2 das funktioniert einfach nicht ich habe irgendwie keine sachen zum kochen mehr ich gerade aber juli muss noch sein witz hochleveln also ja in dieser stadt gekommen weil du gehört hast du kannst auch zum gehören ja ihr habt wohl dasselbe gehört also was das angeht warum lasst mir nicht das geplaudert solltest du nicht wieder zurückgehen ja stimmt ich muss meine freunden sagen dass es mir gut geht vielen herzlichen dank vielen dank dass du mich gerettet haben jetzt erst hast du ihm vielleicht die wahl der sparte aber irgendwann findet er sie doch heraus von gesto wir haben im moment einfach keine zeit vor lange gespräche von mir aus ist mir sowieso egal irgendwann wollte schon mehr machen kochen mein gott ja sie hat sandwiches gleich hoch level den salat kunst habe ich nicht herstellen hat er schon okay fisch mit misosuppe torte was geht wo auch wurdest du auch du willst von oben hinein gebracht dieser zeit sind alle erwachsenen arbeiter auf baustelle der baustelle macht die ja unten macht man jeden tals auf spiel spaß hey diese typen haben wir schon mal gesehen ja mal juli angegriffen das schon mal Let's go! What? 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 Das ist einfach nur irgendwelche englischen Wörter einpacken. Das könnte jetzt ein bisschen nervig werden, habe ich das Gefühl. Ich habe nicht mit einem Bosskampf gerechnet. Oh Gott. Der Typ macht sonst wahrscheinlich alle, ne? Pass auf. Jäger. Das weiß ich auch, der hat gar nicht so viel. Ihr könnt auch ruhig mal auf jemand anderes gehen. Er muss jetzt nur ich hier bekämpft werden, oder? Mein Gott, ehrlich. Boah. Was ist denn, ey? Gerade wo ich... Ach. Mein Gepäck. Ist doch nicht alle auf dem Schloss gehen. Okay, ist gut, man. Boah. Du hast jetzt nicht noch Feuer, aber wieder ausgerichtet, du hast nur Feuerball ausgerichtet. Boah. Nein. atra... Uh.. das ist einer von euch schleich tot jetzt bin ich am boden auch noch ehrlich dann träge ich auch nicht in das gibt es nicht so viele doch hier schon wieder schief gehen macht die steig attacke ich glaube sie hat steig attacke er hat sich schon wieder keine tp aber und ist er hat vor allem frecken noch einer erledigt naja jetzt legt er los weg aber wie seht ihr jetzt schon wieder jetzt die tp ausgesagt sie auch steig kattacke da steh auf man gibt es da einfach nicht ich bin noch tot so spät da ist kaputt repeat ist auch weg also minions bei sich haben da du blöder sagt so aussieht wird er mich nicht angreifen wollen wir hatten den jetzt am boden komm her ich kämpfe mit der luft hallo ja 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 so schnell werden wir nicht mehr brecken also wir werden alle ja getroffen darauf damit dann habe ich auch spieler ausgefunden ja der war gut und linse mystischer stoff da braucht ich für irgendwas glaube ich sehr gut schick ihn weg ich will ihn nicht weg mit dem ich habe der typ in der mitte aus dem intro hola kong 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 Ich werde es schnell verraten. Warte, ich meine Arbeit jetzt ist, dass ich den Tiegler helfen kann. Aber... Ich weiß nicht, dass ich die Arbeit nicht gut weiß, aber... Ohno, ich werde es nicht verraten. Geh mal! Das ist das! Oh, ich bin hier gut. Wie ist das? Ich werde es. Oh... Oh... naja wir sind davon die meckland letztens sie so ein bisschen aus als würden wir die konzesse entführen aber auch solz karls tasche 2 wahrscheinlich weil die voll ist kann man da rein ich hatte mir ja schon wieder alle shops hier verweigern oder so was ist das auch schon sagen wir kommen blasen aus jetzt bestimmt freut mich wenn er erstmal sekunde weg und alles hat sich schon wieder ja zum teufel ist mit dem ich war da bis ich an die reihe komme zur information mein geschäft ist dringend ich stelle mir einfach vor wenn da jemand drin so und jemand kopfnuss die ganze zeit die türe meine hat er macht mich fertig also falls ich übrigens auch wenn ich mal ganz dringend muss von der öffentlichen toilette und auch zu hause wir können schon wieder nicht kaufen und so war das ist wenn ich gerade ein speedrun machen einfach gar nichts habt oder so jägers ausdrucksweise händler scheine verlorene sprache sowie latein eine alte tote sprache da muss ich sagen wir speichern hier und in dem part weil ja gibt nichts mehr zu tun gerade wir haben eine stunde aufgenommen also genug ne hallo dann sage ich mal dankeschön für zuschauen und wir sehen uns ja nächste folge wenn wir jäger und humor verfolgen dankeschön fürs zuschauen und da 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 da